22. Schatz Als ich ein Kind war, hat mich ein Hund gebissen und mir große Angst eingejagt, begann sie ihre Geschichte. Ich war sehr klein und danach wurde ich mein Leben lang von Ängsten heimgesucht. Ich habe ständig Albträume gehabt und deswegen sogar nächtliche Innuresis bekommen. Ich konnte nicht normal mit Menschen kommunizieren, weil ich ständig Angst gehabt hatte, dass sie mir etwas Böses tun könnten. Ich habe Angst vor dem anderen Geschlecht gehabt, ich wollte keine Leute treffen. Ich bin zu den Ärzten gegangen und sie haben mir Antipsychotika gegeben, aber es hat nichts gebracht. Naya hat mich in einen Hypnosezustand versetzt und mich in die Vergangenheit gesendet, in dem Moment, als dieses Unglück mit dem Hund passiert war. Naya hat diesen Moment umprogrammiert und die Szene, in der der Hund mich beißt, durch die Szene ersetzt, in der der Hund mich leckt und mit mir spielt. Und von diesem Tag an hat sich alles geändert. Die Angst ist verschwunden. Ich habe mich in Hunde verliebt und jetzt kann ich problemlos mit Menschen kommunizieren und zurechtkommen. Ich habe kürzlich einen guten Mann kennengelernt und wir werden bald heiraten. Ich möchte dieser wunderbaren Frau, die so vielen Menschen hilft, meinen Dank aussprechen. Die Schülerin wandte sich an die Mentorin und sagte ehrfürchtig, Naja, vielen Dank für das, was du tust. In diesem Moment erschien der zukünftige Ehemann der Dame mit dem Hund auf der Bühne. Er holte einen großen Strauß weißer Rosen hervor und überreichte ihn der Mentorin. Der Saal explodierte vor Applaus. Das nächste Paar, das auf der Bühne erschien, war ein Paar mit einem Kind. Eine kleine, dünne Frau namens Albina ergriff das Wort. Sie war diejenige, die ihre Geschichte erzählen wollte. Ich wurde sehr lange von schlechten Vorahnungen gequält. Ich habe nachts Albträume gehabt, begann sie die Geschichte. Ich bin zu Naja gegangen und sie hat für mich eine Giottsitzung durchgeführt und mich in die Zukunft geschickt. Dorthin, wo immer etwas Schlimmes in meinen Albträumen passiert. Und ich habe gesehen, wie unser Haus zusammen mit unserem Kind niedergebrannt ist. Dann hat Naja die gesamte Kette der Ereignisse verfolgt, die zum Brand geführt hatten. Und ich habe gesehen, wie das Kind in unserer Abwesenheit mit Streichhölzern gespielt und sie dann sorgfältig an Ort und Stelle versteckt hatte, damit wir nichts davon erfahren. Dann haben wir die Streichhölzer und alles, was einen Brand verursachen könnte, entfernt und das Kind zu seiner Großmutter geschickt, als wir nicht zu Hause waren. Und so war nichts passiert. Vielen Dank von unserer gesamten Familie an Naja für ihr großes Wissen und ihre Fähigkeit, mit denen sie Menschen so sehr hilft. Beeindruckt von Albinas Geschichte, applaudierten die Schüler erneut. Als nächstes begann eine Lektion über die Kommunikation mit den Toten und Naja bat hypnotisierbare Freiwillige, auf die Bühne zu kommen. Arthur war einer von ihnen. Auf Wunsch der Mentorin legte er sich auf die Couch und Naja führte ihn mithilfe der Giot-Methode in einen veränderten Bewusstseinszustand ein. Danach begann sie zu fragen, welchen seiner Verwandten er sah. Arthur begann über alles zu sprechen, was in seinem Kopf vorging. Er sah seine Urgroßmutter. Sie war sehr jung und schön und hinter ihrem Rücken hatte sie durchsichtige Flügel wie eine Libelle und sie flog. Seine Urgroßmutter zeigte ihm das Haus, in dem sie jetzt lebt. Auf der Oberfläche eines wunderschönen Bergsees wuchsen riesige Seerosen in Form von Häusern. Sie lebte in einer dieser Blumen. Ich habe mein ganzes Leben davon geträumt, erklärte die Urgroßmutter, unter den Elfen und in einer Blume zu wohnen. Mein Traum ist nun wahr geworden. Wo gibt es denn solche Blumen? fragte Arthur überrascht. Alles wird hier mit unserer Vorstellungskraft erzeugt, antwortete sie. Die Vorstellungskraft ist eine große Kraft. Genau damit hat Gott unsere Welt geschaffen. Und wir sind an seiner Kreativität beteiligt und sozusagen seine Mitschöpfer. Die Vorstellungskraft ordnet die Energien der subtilen Welt. Und dann können diese Bilder von Objekten oder Ereignissen auf der physischen Ebene materialisieren. Schlimme und zerstörerische Dinge geschehen jedoch schneller, weil es einfacher ist, ein Haus niederzubrennen oder in die Luft zu sprengen, als es zu bauen. Dafür reicht ein Streichholz oder ein Stück TNT. Aber um ein Haus zu bauen, braucht man die Energie vieler Menschen, Materialien, Zeit und Mühe. Daher gibt es in der physischen Welt mehr Böses. Für uns reicht in der subtilen Ebene ein Gedanke aus, um etwas zu zerstören oder etwas zu erschaffen. Bei euch ist das nicht so. Ich habe beispielsweise im Zeitalter der Revolution gelebt. Die Kommunisten haben viele davon inspiriert, dass die zaristische Regierung und die Reichen böse seien. Und die Menschen, die unter dem hypnotischen Einfluss standen, haben begonnen, die Reichen, Offiziere und den König zu töten und alles zu zerstören. Sie haben es geschafft. Es war einfach. Aber sie waren nicht mehr in der Lage gewesen, dafür zu sorgen, dass alle in Palästen leben und gleichzeitig vier Stunden arbeiten, wie es die Kommunisten versprochen hatten. Es war unrealistisch. Ein solches Bild war zu dieser Zeit und selbst nach allgemeiner Verwüstung und Hungersnot einfach nicht zu verwirklichen. Vielleicht wird es in Zukunft wahr, wenn es weniger Menschen gibt und stattdessen Roboter arbeiten. Daher muss man vorsichtig sein, wenn man sich etwas vorstellt. Denn wenn dieses Bild mit eigenen Emotionen oder der Energie der Menschen, die daran glauben, gefüllt ist, kann es auf der Erde verkörpert werden. Möchtest du, dass ich dir die Bilder zeige, die deine Fantasie geschaffen hat? So etwas ist möglich? Arthur stachte seine Urgroßmutter erstaunt an. Natürlich, lächelte sie und nahm Arthur in die Ebene, in der seine Vorstellungskraft sich befand, in seinen mentalen Bereich. Er sah alle seine Wünsche und Träume, aber auch Ängste und Bilder negativer Emotionen, die er sich mal vorgestellt hatte. Schau mal, sagte seine Urgroßmutter, du hast es dir sogar vorgestellt, dass Alice dich verlassen wird und einen anderen findet, weil du so unsicher und dumm bist. Das ist sehr schlecht, denn du hast eine schwache Gestalt geschaffen und dies noch damit verbunden, dass Alice dich verlässt. Jetzt musst du das löschen, zerstören und dir Gegenteiliges vorstellen. Arthur begann, seine Vorstellung, dieses negative Bild, zu verbrennen. Er begann es, mit einem Astralschwert zu zerstören, stellte sich als stark und klug zusammen mit Alice vor und dachte, dass sie ihn mochte und nirgendwo hingehen würde. So ist es besser, sagte Urgroßmutter. Von nun an passe auf deinen Geist auf, damit er keine Monster erschafft. Arthur bedankte sich bei ihr aufrichtig und die Großmutter lächelte freundlich. Und ich möchte dir, mein Enkel, auch zeigen, wo ich den Schatz versteckt habe. Obwohl es uns verboten ist, dies zu tun, werde ich es dir offenbaren, weil ich weiß, dass du es für einen guten Zweck für alle und nicht für dich selbst verwenden wirst. Zu welchem Zweck, Großmutter, soll dieser Schatz verwendet werden? fragte Arthur fasziniert. Ihr schafft einen großen Nutzen für alle Menschen, insbesondere für die Kinder. Das Feld der Liebe. Lass also den Schatz seinen Bedürfnissen dienen. Schau mal, erinnerst du dich an unser altes Dorf, in dem du als Kind warst? An unser altes Haus? Arthur nickte und er und seine Urgroßmutter wurden sofort dorthin transportiert. Sie sahen ein bereits verlassenes Dorf, in dem schon lange niemand mehr gelebt hatte und dessen Haus völlig eingestürzt war. Ja, das ist das gleiche Haus, sagte die Großmutter. Und in diesem Haus gab es einen Keller und darin, in der linken Ecke vom Eingang, war ein Fass mit königlichen Münzen vergraben. Denk daran, wo das alles war. Geh dorthin und hole es. Verstanden. Danke dir, Großmutter. Ich werde alles für einen guten Zweck verwenden. Ich werde es nicht für mich selbst nehmen, versprach Arthur mit aufrichtiger Dankbarkeit. Dann holte Naya Arthur aus seinem veränderten Bewusstseinszustand und er kam zur Besinnung. Die bei der Sitzung anwesenden Studenten waren von seiner Geschichte über sein Treffen mit seiner Urgroßmutter erstaunt, weil sie alles hörten, während er unter Hypnose stand und laut sprach, was mit ihm geschah. Viele Schüler waren von den Fähigkeiten der Mentorin erstaunt und nach der Sitzung mit Arthur hatten mehrere weitere Personen ähnliche Treffen. Am Ende des Kurses forderte Naya alle auf, sich auf ihre Matten zu legen und führte eine Massengiot-Sitzung durch. Menschen flogen nach Atlantis, um zu sehen, wie die Vorfahren vor vielen tausend Jahren lebten und um mit den Priestern zu kommunizieren. Diese Sitzungen waren etwas Besonderes. Es gab den Schülern die Möglichkeit, Zugang zu heiligem Wissen zu erhalten, das den Menschen der Antike bekannt war, aber später verloren ging. Jeder der Schüler erhielt ein einzigartiges Erlebnis und wertvolle Erkenntnisse über die weitere spirituelle Entwicklung. Als der erstaunliche Unterricht abgeschlossen war, waren die Menschen sehr beeindruckt. Sie teilten ihre Gefühle noch lange mit und dankten Naya für die Offenbarungen, die sie ihnen gegeben hatte. Als alle weg waren, ging Arthur auf Russland zu. »Du hast doch die Geschichte mit dem Schatz gehört, nicht wahr?« fragte er und sah seinen Freund aufmerksam in die Augen. »Wirst du mir helfen? Lass uns dort hingehen, ja? Es wird notwendig sein, das eingestürzte Haus irgendwie zu demontieren, um in den Keller zu gelangen und die Münzen dort herauszuholen.« »Was, wenn es sich herausstellt, dass alles nur eine Einbildung ist?« fragte Russland zweifelnd. »Vielleicht sind das alles nur Visionen, die nichts mit der Realität zu tun haben. Aber wir gehen so weit und da gibt es wahrscheinlich noch mehr Arbeit für mehr als einen Tag. Bist du sicher, dass es sich lohnt?« »Ich weiß es nicht«, dachte Arthur nach, »aber ich möchte es trotzdem überprüfen. Wenn du kannst, freue ich mich auf deine Hilfe.« »Na gut, nur um unserer Freundschaft willen«, lächelte Russland und klopfte Arthur auf die Schulter. »Und es ist immer schön, in die Natur zu gehen. Vielleicht finden wir tatsächlich etwas Nützliches.« Fröhlich über die Lektion diskutierend, spazierten vier Freunde durch die Abendstadt. »Ich hätte nicht einmal gedacht«, teilte Arthur den anderen mit, »dass ich so einfach mit den Toten kommunizieren und die subtile Ebene erkennen könnte.« »Und Atlantis«, rief Russland erstaunt, »es ist so wunderbar, dass wir dorthin reisen und lernen können, was dort mal war. Es stellt sich heraus, dass in uns große Kräfte und Fähigkeiten schlummern. Wir müssen sie nur erwecken können.« »Ja, das ist unglaublich«, rief Angela aus. »Ich hätte nie gedacht, dass ich mit Menschen aus einer verlorenen Zivilisation kommunizieren und sogar altes Wissen erlangen könnte, das als verloren gilt.« »Wisst ihr, mir wurde klar, dass ich auch die Giot-Methode lernen möchte«, sagte Alice plötzlich, »um Menschen zu helfen.« Willst du mehr wissen? Schau dir das animierte Meisterwerk an, das die Geheimnisse der Menschheit enthüllt. Entdecke mehr heiliges Wissen in Büchern. In unseren Seminaren kannst du die Hauptfiguren der Bücher treffen. Finde deine magischen Gegenstände. Nimm an einem individuellen Ritual teil. Ein offener, freier Kanal mit täglichen spirituellen Praktiken für dich. All dies findest du auf unserer Website www.emason1.org. In unserer extremen Zeit, in der das Schicksal des gesamten Planeten auf dem Spiel steht, ist es sehr wichtig, dass das Wissen der Engel und hellen Geister so schnell wie möglich in der ganzen Welt verbreitet wird und tausende von Menschen erreicht. So können wir die Zukunft der gesamten Menschheit verändern. Deshalb wenden wir uns an dich, geliebte Seele des Lichts. Verbreite das Wissen über unsere weisen Bücher und Filme. Teile Links zu Videos oder Zeichentrickfilmen. All dies ist verfügbar und kostenlos. Lade Frauen zu individuellen Praktiken, Webinaren und Seminaren ein. Und der große Geist des Lichts wird dir und deiner Familie helfen. Er wird eine enorme Menge an Energie lenken, um all deine Wünsche zu erfüllen. Die hellen Geister und Engel werden dir und deinen Lieben in allen Angelegenheiten helfen. Ein Strahl des Lichts und der Liebe von deinem Herzen erreicht die herzensuchender Frauen und die Schaffung des Guten und die Verbreitung des hellen Wissens in die ganze Welt beginnt. Werde Teil der hellen Mission. Hilf den Menschen und Gott wird dir helfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017